Nach diesem Video wisst ihr die perfekte Lernroutine für die Oberstufe und das Abitur-Cap. Willkommen zurück Abitur-Läden, hier ist Leo, dein Abitur-Coach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traum-Abitur-Schnitt. Du hast vielleicht gerade die Situation, dass du super viel lernen musst, ja entweder grundsätzlich Oberstufe, Klausurenphase oder das Abitur-Schnitt an, und stellst dich die Frage, wie mache ich das am besten? Wie kreiere ich da eine Lernroutine, die ich dauerhaft durchziehen kann, damit ich möglichst effektiv lerne und vor allem auch eben konstant lernen, nicht nur ein paar Tage mal ganz viel und dann auf einmal gar nicht mehr. Und genau darauf wirst du jetzt eine konkrete Antwort bekommen mit entsprechenden Zeitangaben. Erstens, Konzentrationsdauer festlegen. Das ist wahrscheinlich eine Sache, über die du dir noch nie so richtig Gedanken gemacht hast, du musst dich wirklich bewusst. Und zwar, wie lange kann ich mich am Stück eigentlich wirklich konzentrieren? Mach dir mal Gedanken darüber. Also es geht nicht darum, dass du den ganzen Tag lernst, weil dann bist du auch wieder nur müde und ziehst dich wirklich durch. Und auch nicht, dass du nach 10 Minuten gleich wieder die nächste Pause machst, sondern irgendwie einen Mix daraus. Du denkst dir mal, was ist eine sinnvolle Zeitangaben, die du dir echt sinnvoll lange konzentrieren kannst? Ich denke mal, bei den meisten von euch wird das so zwischen ein und zwei Stunden liegen. Für manche von euch sind es vielleicht echt nur eine halbe Stunde und danach geht es nicht mehr. Viele von euch verwenden ja auch die Pomodoro-Technik meiner Meinung nach ein zu kurzes Zeitintervall. Darüber kann man sich streißen, aber ich würde wirklich so empfehlen, ein bis zwei Stunden sollte auf jeden Fall gehen. Manche von euch sind es vielleicht auch echt gewohnt, einfach vier Stunden am Stück am Schreibtisch zu sitzen. Das ist natürlich auf jeden Fall auch möglich, und ich finde deine richtige Mitte und dein Pensum sozusagen. Zweitens, wie viel Lernzeit hast du insgesamt? Denn du musst natürlich auch irgendwie in deine Woche das Lernen integrieren. Sprich, ich würde mir jetzt einfach mal rausschreiben, okay, wie viel Karten will ich am Montag investieren? Wie viel am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und so weiter. Also zum Beispiel Montag zwei Stunden, dann Dienstag drei Stunden, dann Mittwoch nur eine Stunde, Donnerstag vier Stunden, wie auch immer. Aber einfach so, wie das Ganze für dich eben Sinn ergibt. Dann drittens, wie viel Pause brauchst du? Und zwar, wie viel Pause brauchst du, um wieder frisch zu sein, vom Kopf her? Wann kannst du dich wieder auf das Lernen konzentrieren? Stell dir vor, du hast jetzt so deine Konzentrationsdauer, die du für dich selbst festgelegt hast, wirklich fokussiert gearbeitet. Wie viel Zeit brauchst du dann, um wieder zu regenerieren, um dann wieder dich ranzusetzen? Das kann jetzt, ich denke mal, da ist das vielleicht so im Rahmen von 5 bis 20 Minuten. Kürzer ist nicht wirklich effektiv. Länger brauchst du in den seltensten Fällen. Natürlich wirst du niemals nach einer Pause so frühstern wie ganz am Anfang. Es geht nur darum, dass du einfach gut dich entspannt hast und einfach wieder reinkommst. Wichtig, viel wichtiger bei der Pause anstatt der Länge, ist vor allem, wie du sie verbringst. Auch in der Pause, beim Lernen sowieso nicht, aber auch in der Pause, Leute, geht nicht an euer Handy. Es macht alles nur schlimmer, weil du kriegst in der Pause den Dopaminkick. Deine ganzen Hormone sind wie auf hier. Und dann willst du wieder lernen. Das funktioniert so nicht. Sondern mach auch irgendwas ruhiges, entspanntes in der Pause. Das bedeutet, vielleicht du kannst mit dem Beispiel, du kannst tanzen, du kannst spazieren gehen, beweg dich ein bisschen, geh an die frische Luft, trink was, all solche Dinge. Irgendwas, was dich halt wieder aufrischt. Oder geh duschen. Oder mach von mir jetzt auch ein Powernap, keine Ahnung. Aber irgendwas, was nicht deinen Kopf noch mehr wieder zuschaltet, weil das ist ja die Sache, die du ganze Zeit beim Lernen machst, wovon du ja eigentlich eine Pause machen willst. Viertens, Konzentrationsdauer und Pausen vereinen. Also angenommen, du hast zum Beispiel in Schritt 2 festgestellt, okay, am Mittwoch habe ich, sagen wir mal, 3,5 Stunden Zeit. Da wirst du 3,5 Stunden in das Lernen investieren. Und du hast festgestellt, okay, eine Stunde kann ich mich ganz gut konzentrieren. Dann würde ich es halt eben so aufteilen, dass du sagst, okay, ich lerne eine Stunde, mach 15 Minuten Pause, lerne nochmal eine Stunde, mach 15 Minuten Pause, und lerne nochmal eine Stunde. Und das ist auch so wirklich am allereffektivsten, weil dein Kopf gewöhnt sich irgendwann und auch dein ganzes Körpersystem daran, 60 Minuten am Stück am Schreibtisch sitzen. Und du wirst es merken, wenn du diese Routine ein bisschen länger durchziehst, dann wird es sich auf einmal komischer anfühlen, nach 40 Minuten schon aufzustehen. Und eine Stunde 20 am Schreibtisch sitzen, wird es sich auf einmal mega lang anfühlen. Das heißt, das, was du dir am Anfang jetzt hier durch dieses Video aussuchst, das wird dann dein normaler Standard. Natürlich kann man jetzt sagen, oh, ich werde gleich 4 Stunden, weil dann ist ja auch nur 3,5 Stunden zu lernen, für mich fühlt sich dann wenig an. Ist wahr, aber es ist natürlich auch viel schwieriger, diese Lernroutine, wo du 4 Stunden konzentriert am Stück lernst, überall mal aufzubauen. Das heißt, bleib auch beim ersten Schritt, wo du eben deine Konzentrationsdauer festlegst, bleib da realistisch. Das ist super, super wichtig, dann auch für den letzten Schritt. Das heißt, versuche jetzt hier im 4. den Weg zu überlegen, okay, wie mache ich das dann am Montag? Am Dienstag, am Mittwoch, also quasi eine Stunde, dann 15 Minuten Pause. Wie das eben von den Intervallen aufgeht. Das Wichtige ist nur, ich würde dir, egal an welchem Tag und egal, wie viel Zeit du da zur Verfügung hast, möchte ich dir immer empfehlen, die gleiche Länge der Lernsession zu machen. Das heißt, dass du immer gleich lange am Schreibtisch sitzt und dass auch die Pausen immer gleich lang sind. Auch wenn das vielleicht an manchen Wochen und Tagen nicht so richtig fein aufgeht. Es ist viel wichtiger, dass diese Zeiten, sowohl von der Anstrengungsphase als auch von der Regenerationsphase, dass die immer gleich bleiben. Fünftens, dem Prozess Zeit geben. So eine Lernroutine kann ihre wirkliche Power erst dann entfalten, wenn da das Ganze wirklich zur Gewohnheit wird. Deswegen ist es auch super entscheidend, dass du bei dieser ganzen Sache langfristig denkst. Das ist kein Hexenwerk, kein Hokus-Pokus, keine Raketenwissenschaft. Es ist einfach nur beständig, die Sachen zu machen. Und dabei ist es auch ganz wichtig, dass du dann zum Beispiel, auch wenn du jetzt vielleicht durch diese Videomotive bist und die gerade voll ist, super viel jetzt zu lernen, dass du auch dann, gleich am allerersten Tag, auch konsequent deine Pausen machst. Also nur weil du jetzt irgendwie da nach einer Stunde noch voll die Energie hast und voll Motivation hast, mach trotzdem deine Pause und dann fang wieder an. Weil es ist tausendmal wichtiger. Die Motivation, die wird an manchen Tagen da sein, an anderen wird sie nicht da sein. Aber deine Gewohnheit, die ist an jedem Tag da. Und deswegen ist es so wichtig, dass du jetzt über die nächsten Tagen und Wochen die richtig sinnvoll aufbaust. Weil sobald die mal steht, sobald diese Lernroutine, du jetzt durch dieses Video für dich selbst entwickelt hast, sozusagen die Feste wirklich drinnen ist, dann wird es wirklich super leicht sein, dauerhaft effektiv zu lernen, weil dein Kopf und dein Körpersystem daran gewöhnt ist, solange am Schreibtisch zu sitzen. Und du wirst auch den ganzen Ablauf schon kennen und es wird alles viel besser funktionieren. Du kannst nämlich auch innerhalb einer Lernsession erst dann richtig Gas geben, wenn es für deinen Körper total normal ist, so lange oder für diesen bestimmten Zeitraum auch am Schreibtisch zu sitzen. Deswegen gib dem Ganzen bitte unbedingt Zeit. Wenn du deine Lernroutine oder andere Bereiche in der Schule richtig krass aufs nächste Level bringen möchtest, dann hast du natürlich die Möglichkeit, auch jetzt wieder unter diesem Video den allerersten Link zu klicken, um dich für unser Traumabitur-Coaching-Programm zu bewerben. Du kannst einfach einen Termin mit einem Mitarbeiter von mir ausmachen, der wird sich bei dir melden, schauen, wie können wir dir helfen und dann eventuell hast du so auch die Chance, persönlich mit mir erst zu sprechen und dann langfristig vielleicht sogar von mir gecoacht werden. Also nutz diese Chance, ansonsten denk dran, ich glaube an dich. Wir beide hören uns im nächsten Video. Dein Leo. Dein Leo.